This year has been the best and the worst year, right here, it's all a kill from here, this year has been the best and the worst Es ist die Woche der Zuganhellungen, von Last Gravity über Mako bis zu Kobra's Curse. Aber zuerst gehen wir nach Deutschland, denn nach dem Schienenschluss von Raik wird die Bahn nun auch noch thematisiert. An River Crest wird auch noch einiges verändert. Der Wartebereich wird beispielsweise erneuert und der Park zeigt uns passend dazu Bilder. Im Holiday Park laufen die Arbeiten am neuen Themenbereich Airshow 71 auf Hochtouren. Schade, dass man nicht zum Saisonstart fertig wird. Was aber zum Saisonstart wieder stehen sollte, ist das Sturmschiff, welches aktuell auseinandergebaut wird. Nicht nur das, sondern auch viele andere Dinge werden im Park aktuell erneuert oder entfernt. Das beste Beispiel ist der Hollies Cartoon Town Snack, welcher aktuell nicht mehr existiert. Die Märchenfahrt aus dem Heide Park findet nun auch einen neuen Platz. Im Schwabenpark soll die Rundfahrboote nun als Neuheit für 2016 entstehen. Aber wie bei so vielen Neuheiten 2016 eröffnet auch diese nicht am Saisonstart. Allerdings muss dank dieser Neuheit eine andere Attraktion aus dem Schwabenpark weichen. Die Himalaya Bahn verlässt den Park also daher. Im Torpark wird es gruselig, denn man zeigt erste Bilder vom Inneren der neuen Attraktion Darren Browns Ghost Train. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Nun zu einem echten Highlight. Das Walibi Holland stellt die Züge von Lost Gravity vor. Es handelt sich bei den Zügen um eine Neuentwicklung von Magrides. Man kann sie als Wingrider bezeichnen oder wie Maxi selbst nennt, Big Dipper. Aber nicht nur die Züge machen einen guten Eindruck, denn die Thematisierungsarbeiten schreiten auch weiter voran. In Liseberg soll ein neuer Themenbereich für 2016 entstehen mit drei neuen Attraktionen. Zwei Kinderattraktionen, darunter ein Karussell und eine Thrill-Attraktion. Aber nicht irgendeine, sondern ein Skyroller von Gerstlauer mit 35 Metern Höhe. Damit erweitert Liseberg sein Attraktionsangebot um eine weiteren Thrill Ride. Auch das SeaWorld Orlando hat diese Woche die Züge von Mako vorgestellt. Diese können sich auf jeden Fall sehen lassen. Mit der Strecke kommt man aktuell auch sehr gut voran. Es wurden neue Airtime Hills montiert und die Station wächst weiter. Wenn wir gerade schon bei Vorstellungen von Zügen sind, bleiben wir doch gleich dort. Denn das gleiche ist bei Cobras Curse passiert. Die neuen Spinningwagen von Magrides wurden in einem netten Video von Teampark Review sehr gut vorgestellt. Auch wie der Fahrablauf sein wird, ist dort genauer beschrieben worden. Also für alle, die besser als ich Englisch kennen, ist der Link in der Videobeschreibung. Dann noch zur letzten großen Neuigkeit in dieser Woche. Phobia im Lake Compounds wächst in die Höhe. Weitere Schienen und Stützen wurden montiert. Da ich diese Woche nicht allzu viele News gebracht habe, solltet ihr euch das Parkerlebnis Panorama auf jeden Fall anschauen. Dort gibt es fast alle News der Woche im Überblick. Das war es auch mal wieder mit diesem Video und den Freizeitpark News für diese Woche. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, könnt ihr diesen Kanal abonnieren oder mir auf Twitter folgen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.